Oh, scheiße Ah, die Ja, lass mich doch mal entfrieden, ey Ja, jetzt hab ich's eigentlich eh schon so gut wie verkackt, also Wo ist der Hydra nochmal? Könnte ich mir vielleicht einen Raketenwerfer schnappen Das wär ganz nice Oh, ich hol mir erstmal hier einen Oh, der zieht mir hier schon wieder viel zu viel ab Hydra, ich komme Oh, Schnetzler Der Schnetzler Der Schnetzler mag mich So, mal von hier Ein bisschen Abstand halten Kommen wir mal her Oh, Freundchen Sei doch mal ein bisschen lieber zu mir hier Ja, ne, das wird so nichts Da muss ich mir was anderes einfallen lassen Ja, und ich bin schon wieder auffällig Kann ich Infizierte snacken? Ah, nein Ah, da sind sie doch überall Boah, Junge Snack euch jetzt alle Oh, der hat einen Granatenwerfer Schön Schön, schön Dann kann ich den Hydra damit besiegen Was, das macht dem gar nichts Das ist mir doch ein bisschen schleierhaft hier Der muss Der muss sterben gehen jetzt So Super Besiegt Da kommen wir Und wenn wir kommen Dann ist Dann geht's ab Dann Können die anderen nichts mehr machen So, und wir sind aufgestiegen Das freut mich doch Ha, ha Haben wir einen extra Auftrag gemacht Mal zwischendurch Und, ja Masse Äh, Finisher Panzerfahrzeuge werden Bewegung Machen wir mal Bewegung mehr Ja, nee Nochmal aufrüsten kann ich nicht Okay So Gut Oh Ich muss nach dem Alarm entkommen Das wird ja witzig hier Obwohl, so witzig jetzt auch nicht Oh, Einsatzteam unterwegs Jetzt krieg ich aber Angst hier Ich bin eh unauffällig Also von daher Junge Lass mich mal in Ruhe Ach Bin ich immer noch auffällig Oder was Oder wieso gehen die hier so rabiat vor Egal Mich muss es nicht jucken Wir machen weiter Okay Okay It's over there On the table She's in the red zone I know that much Probably at some secret base She's alive Always Always home Come sit down We need to compare notes Jetzt geht es aber ab hier Gedächtnislöschung Dana Mörser hat sich Einverstanden erklärt Maya zu finden Während Hella Mörser Davon abhält Die Stadt zu zerstören Begeben sie sich zur Blackwatch Gefängniszone Um die Zerstörung Vor allem um die Zerstörung Um die Störung zu untersuchen So jetzt geht es los Jetzt wird aufgeräumt Meine Freunde Jetzt geht es los Ja Mit mir ist nicht mehr zu spaßen Zumindest derzeit Oh da ballern sie schon auf mich Das ist ja eine freundliche Begrüßung Wenn ich das mal so betonen dürfte Aber das ist mir jetzt Ziemlich scheißegal Wir gehen jetzt da rein Beziehungsweise da hin Heben sie ein White Light Fass auf Hier Wie nehme ich das? Mit rechter Maustaste Ah Ah okay Fässer zerstören müssen wir Auf jeden Fall Und da gibt es wieder Leute Die mich nicht mögen Und das gefällt mir gar nicht Zum Brennofen Ey ich bin doch am Brennofen Wieso kann ich da jetzt nicht mehr Was reinschmeißen Ah jetzt Oh Junge Verpiss dich mal aus meinem Leben Ey Och Mann Blöd Mann Ich wollte doch nur Werf jetzt Werf das da rein Junge Danke So Boah jetzt geht es los Machen wir Einer nach dem anderen Dann Gerne Oh Alter Jetzt nehme ich meinen Macht Es wird geschnetzelt hier So Alter Junge Ah jetzt habe ich den nicht Erwischt Scheiße Boah Junge Geht denn der eigentlich ab hier Oh ich habe keine Chance Gegen die Oh jetzt kommen Puh Oh der hilft mir doch Ich hole meinen Rudel Oh ne ich hole keinen Rudel Sondern ich kill sie so Neue Fässer kommen angefahren Besser wäre es wenn ich jetzt volle Gesundheit hätte Weil Ach scheiße Ich habe zu viel abgezogen bekommen von denen Wer ist denn das hier Heben sie Ein White Light Fass Auf Ein White Light Fass Der kommt hier eh nicht hoch oder Glaube ich nicht Nö der kommt da nicht hoch Gut So ich möchte eigentlich ein paar Ah Das ist auch noch eine Waffe mit der ich mich verteidigen kann Beginnen sie sich zum Brennofen Schnell zum Brennofen Schnell zum Brennofen Schnell zum Brennofen Down Ihr kriegt mich nicht Ihr seid schlecht Ihr seid schlechte Menschen Oh ja ist klar Das war doch so klar gerade eben Dass der da hängen bleiben muss Irgendwie ja logisch Ey verpisst euch Lasst mich in Ruhe Lasst mich einfach in Frieden Dann sind wir doch alle Kollegen So schnell Das müssen wir schnell schaffen Sonst haben wir keine Chance mehr So Nächster So noch eins Und dann haben wir es Hoffe ich mal Soweit Nicht dass ich da noch mal Noch was machen muss Weil da Das könnte natürlich Äh Wieder Meine Gesundheit gefährden Und das wäre nicht so witzig Weil da muss ich alles nochmal machen Und da habe ich keine Lust drauf Leute So ich hüpfe einfach mal Weil anders geht es ja nicht Weil wenn ich da Nur laufe Dann haben die mich gekrallt Und dann habe ich verschissen Also müssen wir schnellstmöglich Jetzt das letzte Fass da reinbringen In diesen Container Verlassen sie den Basisbereich Ja hab ich doch Okay Oh da kommen noch ein paar Leute Wollen die mir ans Leder oder Nö Hey hör auf zu mich zu schnetzeln Ey Und Du blöder Kaip Boah jetzt ruft auch noch einer an Dana Dana Döner Dana So jetzt würde ich nochmal sagen Wir haben den nächsten Auftrag Beziehungsweise die Mission freigeschaltet Und Ja ich begebe mich direkt dorthin gleich Aber bevor wir das machen Sollte ich doch erst nochmal ein bisschen Gesundheit einsacken Von den Leuten Das wäre doch Eine gute Variante Oh Von dem habe ich gut was abgezogen Ich muss die öp Also ich muss so Bauer öfter snacken Zu Zombies Zombies geben nämlich richtig gut Blut Beziehungsweise Leben eben So So Jetzt auf zum nächsten Auftrag Jetzt habe ich ja wieder genug Aber ich finde abwechslungsreich Es geht wirklich hier gut zur Sache Vor allem Abwechslung Open World Spiel haben wir auch Das ist doch alles super Also ich bin begeistert von dem Game Ich zock das in letzter Zeit jetzt auch öfters Es lohnt sich einfach Vor allem will man immer weiterspielen Das ist es eben Zo Zula Zula Vielen Dank.